I came to play There's a price to pay Time for you to get down on your knees I came to say goodbye To the good old days You're never coming back I came to a new way Servus Youtube und Freunde des gepflegten Gaming Hier ist der Wolfstrudel Da Flo und ich sind wieder am Start in Bad Company 2 Und auf der wundervollen Map Also ich finde die richtig geil Erika Harbour Squad Deathmatch Und wir haben noch ein Gast dabei Den Hila 966 Der Florian und den haben wir auch über die Company kennengelernt Und mit dem Zockma und wir Seht ihr den? Seht ihr den? Nee, das bin ich nicht, ich bin weg Tschüss Fuck, fuck Fuck, fuck Faktor hin bis auch noch einer Fuck, bis der Ich bin schon voll Im Suchmodus Ja, wir sind hier mal wieder Letzt fahren und so, ich bin schon tot Hitler 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 Ja, richtig schön letzt fahren, ja Vor allem zu drüben ist es dann besser Nachher wird Philipp auch noch einspringen Also sind wir dann zu viert Das ist richtig geil Da können wir eventuell auch zwei gegen zwei machen Oder jeder gegen jeden Auf jeden Fall, ja Ja, auf jeden Fall geht's auch Ja, stehen bleiben, stehen bleiben Ok Scheiße Das war Hitler Jawoll Und du Und du Ich bin ja Ich bin ja Hab mich gescheit Fuck, okay Jetzt nehme ich mal die M-Gol wieder Gottl hab ich geschrieben, Gottl Die Gottl Also okay, jetzt hab ich Dass wir jetzt alle fair mit der Goldsocken können Weil die ist schon Ich mach auf jeden Fall one shot Hab ich den Was ist es, das wird, warte Hab ich, das wird, das ist so geil mit dem, ähm Schimpfwortfilter Ja, ganz normale Wörter erkennt er, die als Schimpfwort voll geil Ich hab' Ich hab' Hitler, du Hund und Stiermann, oder? Danke dir Das alles schon wieder, er will mich immer wieder kill Haha Weiß schon jetzt im März, es ist unterwegs, es ist aus dem Punkt Ich glaub' ich, das glaub' ich, das ist sowieso nie Haha Ich wüsste schon sehen Ja, du stimmst Tja, das glaub' ich irgendwie trotzdem nicht Aber ich finde ihn jetzt schon genial Echt? Ja Das dumme ist halt, sie sind meistens, sie sind ein bisschen Wie soll ich das sagen? Nicht so farbrei Also wenn ich das jetzt mit Bad Company vergleiche, mit Battlefield 3 vergleiche, ist es Da ist ein Zehntel Kontrast von Battlefield 3 dabei, also das ist alles so weiß gehalten Die sind nicht richtig schön grün und so, die Palmen Super Waren vollen Fuß rein, voll ins Knie Voll ins Knie. Es hat voll ins Knie, würde ich mal sagen Wichser Heise-Wichser Da gibt's einen Leertasten und spam Der box wie auf seine Tastatur Ja, kann ich nicht was dafür wenn sie kaputt ist Ja Du haust du immer drauf jetzt werde ich dich gleich töten, das kann ich dir schon mal sagen, ah, da ist er ja schon der Flow das glaube ich dir nicht der Hitler, aber wo hast du nämlich gerade gesniped? ey Leute, was geht, ich weiß nicht heute war ja Elegix Livestream, ne? hast du geguckt? ja, ein bisschen ich auch nur so ein bisschen es ist nur mal so zum Test, Mittwoch hat er ja gesagt, dass er dann länger ist, oder? was? 8 Stunden will er machen, glaube ich, oder? nee, das ist am Wochenende die auch 10 Stunden 810 Stunden? ja, macht am Wochenende die auch 10 Stunden Alter, dicht im Gesicht hätte ich auch machen können, ich weiß, wie viel 31 Stunden lang ohne Pause on, äh, das heißt nicht on Bach und nicht, weil ich fast den ganzen Tag, mein PC gemacht habe wie sie jetzt, das ist eigentlich so mentalisch, auch wenn man einen Kopfschuss bekommt oder so keine Ahnung weil du Metallhelm auf hast, wie im Zweiten Weltkrieg, keine Ahnung scheiße, der Hitler ist echt gut, hat mich gerade gesniped haha nice ich muss ja auch schreiben, was los ist hier nicht, dass du nicht damit gemeint, wir sind hier voll ignorieren den total ja headshot haha, so jetzt dachte ich, du wärst gesperrten, schade alter, ich bin, ich kann mich gar nicht so gut konzentrieren, wenn ich... ja, 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 das sagst du wieder, wer hat die 3.900 Kills mit der Goldmerkmann, hm, wer? hm, hm, klar, du dass du nicht mal M590 ja, der hier übrigens auch Platinstar habe, ich habe mit vier, mit vier Sleiter und Platinstar, da sehe ich ja Skills ohne Ende das gibt's doch nicht hahaha Killcam angucken, ja, da war er nicht, okay jetzt werde ich dich suchen und finden ah, jetzt ist er, ah, okay ich laufe immer weg, das weißt schon nicht, wo ich... das Gute ist, so, jetzt wartet mal so wie du, der wo immer da abst, wo die letzte... alter, 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 so kann ich nicht sein 1, jetzt weiß ich, wo ihr zwei seid, ich werde euch jetzt beide nach der Reihe töten das Haus und das Haus, okay ich werde ihn jetzt töten das wird jetzt schmerzhaft fuck, die Fußbälle bringen mir ja da gar nichts bei Hardcore Scheiß ich bin jetzt in dem roten Backsteinhaus, da oben, da ist er, der Hitler ich habe ihn schon gekillt echt? ja ja, was soll man da sagen, das ist ein Abonnent der Abo, jetzt wird, machen wir das noch, oder? ja, würde ich auf der Place auch machen wenn ich da mal Dealgato hab, dass ich dann immer mit ein paar Abonnenten oder so zock fuck ich, Idiot wäre einfach auch noch eine Granate, verdammt nein! oh mein Gott Schei, und die Waffe ist auch noch hier so geil, das sieht ja perfekt aus, da muss ich mal gleich ein Screen machen, wie geil es aussieht ja, das ist immer eine gute Methode, um die Gegner zu finden habe ich es mir vorher noch gar nicht aufgefallen, aber ich keine Ahnung, ich war wirklich gestern viel besser gestern? ja, haben wir doch auch gezockt einfach mal so wixer ey Leute mir geht das nicht mehr aus dem Schied irgendwie, voll komisch ja, Pech, musst du halt einfach abschalten nee, unbedingt wir haben uns Anspruch, mein Junge mein junger Paderwan ich bin nicht ein Paderwan ne doch ne ich finde aber schon wo bist denn du? wie so ich ja, du kündigst, schimmst bestimmt wieder auch auf? auf wegen wo so im Haus wir gerade noch so hohe nirnela, ha, 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 ha das hört man voll voll, aller ich weiß aller, was los Bass müssen drinnen, Sound bisschen drinnen, dann passt das schon LOL immer das LOL Loll 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 Hetz hat auch noch das wird dürfen 113 Meter sein weil er erst ab 100 Meter bekommt man ja die willige Meteranzahl in Punkten umgerechnet das heißt bei 200 Meter bekomme ich 100 Punkte bei 300, 200 Meter und bei 200 Meter ist gut ja ich will doch jetzt nur unseren Abonnenten und unseren ist gut unseren anguckern klären falls sie angucken angucken und sind Viewern oder wie wir das nennen wollen wir egal die keinen Bad Company haben und das sind da ja gleich ich finde irgendwie Bad Company sind eher so die älteren Spieler die jetzt so 16,15 sind die haben glaube ich kein Bad Company gespielt ich hab's noch gespielt ich bin jetzt jetzt ist der Hitler was Hitler nee was Hitler ja das ist du 15 oder nicht ja aber er hat's er hat ja bestimmt mehr später aber ich hab's ja schon 2010 gekauft bei Release da war ich damals noch 14 und dürfte mir das nicht kaufen was ein Freund für mich gekauft echt wie geht es ich hab ein Hexer es ist unmöglich das ist immer so geil wie er fragt man wie geht es wie kann das sein ja du bist eigentlich immer der hacker und ja ich bin der hacker ja er hat er hat er hat auch ein Schreie hier das war auch nicht Zeit ist bis zu über den Berge da nicht mehr okay wenn doch für mich kommen will ich auch nicht den Hecker nur im Blick aufs auf der sich also geben gehen überhaupt weil es ist das haben wir das ist wie mit 14 Kanzel ist nicht zu verkraften wenn er was gibt da suchst du dann der Unterpolis schultern allen anderen das ist aber so viel heftiger ja und so macht sich selber so fertig da wieso wohl wieso wenn ich schiebt und schieb ich schieb ich holt wir alle jetzt wenn ich stelle alles gut wenn du stirbst dann stirbst du halt ja darfst du dich aber nicht aufregen sie soll ich mich aufregen der Hitler der ist muss irgendwo kämpfen weil wo sind wir 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 alle alle ne ich halt weißt du noch wie wir das beim letzten Part gemacht haben überall bin ich habe ich doch überall im selben Haus gekämpft das mache ich jetzt glaube ich wieder ja der Versuch mal reinzukommen und schafft es dann doch nicht ich glaube ich habe schon mal Kalkuss auf der Beine ja jetzt ist nur mit dem habe ich übrigens Plattdienst also denke ich habe damit keine Skills ich habe das immer so wieder was du für dich wow scheiße Hähnladen wow geben wir jetzt gerade die Sau so wie er mich gespielt hat warum schreist nur ich sind Sitzel keine Ahnung das war gerade irgendwie so 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 ein Moment der Angst so ein Moment der Angst hast du baut sich Bette dabei ja dazu sage ich jetzt nicht viel ich sehe gar nichts mehr ich habe so einen blutroten Screen das ist Wahnsinn einen Pistelschuss und ich bin weg nur einer ja und wenn es nicht wenn es ist ja sowas gibt es ich kann mich auch nicht raus dran wenn er mich einfach trifft dann bin ich okay das ist so gerannt ich bin dieser hr das war mal sicher geht mit dem der erste mich er nicht beklärt er ist hinzu wieder nachgerechnet wird aber es ist auch okay jetzt weiß ich weiß wo er ist der Hitler das kann nicht sein weil ich den Hitler gerade gekillt habe das habe ich schon wieder gespawnt das kann nicht sein da muss man drei Sekunden warten Hitler hat mich gekillt man was hat der für eine Waffe dabei es war auch der Nenz ich würde mal sagen ultra geiles Gerät ultra geiles Gerät auch Platinstar ich habe damals nur mit den guten Waffen gezockt ich war damals schon so Pro-like und wusste mit welchen Waffen ich zocken werde und welchen nicht das ist das einzige was dir dazu einfällt nicht vielleicht mal wenn du mit jeder Waffe im Platinstar bist du ein Skiller nein weil ich mit Noobwaffe einfach nicht zocke zum Beispiel mit Shotguns bin ich ein Noob? nein ich musste so eine Black Ops 2 auch mit Noobwaffe zockt damit ich die Diamant-Tornung bekomme eben müsst aber nicht schaffen das müsst ihr nicht schaffen ich hätte es mir ist es auch bei dem in die Zeit nicht mit einer Skorpel ist es klar sogar Electric sagt es ist die schlechteste Waffe aber trotzdem hat er mit jene Gold-Tornung ja also und ich zock mir in der Waffe einfach nicht die total OP ist ich bin einfach so ein fairer Spieler ich kann es selber nicht du hast du ausserlich in Battlefield 3 gesagt als mit jeder Waffe in Silberstar oder oder was war das da Bad Company 2 was nirgendwo ist das doch in Battlefield 3 zu hau was gesagt wird es mit jeder Waffe irgendeine Medaille haben 100 Kills haben ja habe ich ja auch wir sind das auch mit dem Waffen zocken müssen ja und ab 100 Kills habe ich sie liegen gelassen aber es heißt nicht das ist nur mit jeweils 10.000 Kills nur noch bis zu sagen dass sie was rechtlich und hat sagt doch gar nichts Flüster doch ganze Zeit wir sind für mich nicht so also ist jetzt ich muss es schon fast weine so angeschrieben bin ich schon lange nicht mehr Wort geworden das geht es nicht Arma Mare Frau okay jetzt ist es Zeit für meine M24 Skiller Waffe eins nur ihr könnt euch schön schneiden ihr seid beide in dem roten Haus das glaube ich dir nicht das war Hela ja es ist halt so beim Snipe muss man halt einfach leise sein damit muss man auf alles hören und den Sound kann ich jetzt auch nicht so mega aufdrehen von dem her alle haben den Bob meine aufgabe Kuro Aarhus um sie darf aber nicht so nett sein sie müssen man darf nie das ist mein Team in einem anderen Hase Mug Mungo Kind er war so gut sind dann weiß er was gemeint ist ich würde ich fühle mich wissen wenn das steht Mungo sind ja okay er ist er sein wenn du bist er ist leichter und ohne er Mungo können wir aber nicht wissen er weiß nicht was Kinder ist er denn dessen Amir kein dessen Ort Kurt und andere Server gut das ist gut ich suche euch schon die ganze Zeit der Seitenjahr wir müssen es zu heftig zu total ich hätte jetzt mal schnell meinen Platz wechseln das war 100 pro Flow das weiß ich jetzt schon ja ja ich kann ja den Hedler leider nicht hören wie stiller ist es ja Kurt und andere Alter aber schießen sonst schießen schießen da schießen schon zwei ach verdammt aber auch noch der Kino war es jetzt muss ich gegen drei Leute spielen wie wäre es geben geben wir ne wir gehen es wir gehen es ich weiß mal ist ich weiß wo ist ich weiß wo Kino war ist wir haben wir gehen es einfach alles ein Ding rein und dann geht es ab würde ich sagen ich bin einfach immer so genug der immer das Code wechseln und sein Team geht das ich jetzt auch nicht sagen wir sagen wir warten das sind es gelöst und wie bei sich die 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 Worte wirst du aber 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 ich als mal jetzt Domen sah was jetzt du schreibst ihm ich bin da voll konzentriert ich kann nicht schreiben alle in sein Scott außer ich du wieder in Bonn was du wieder aus war Hegel auch was anderes als Busen kannst du nicht mehr war es ist ein Prozent ich werde anscheinend hier zugeben nicht mit Spielern um dazu mal unser Vorhaben irgendwie so ein Ding über die Community Szene über die deutsche Gaming Szene zu machen dass wir uns alle lieb haben sollen und nicht anschreien das ist wieder der Weg zur Besserung ne Flow wo ist denn jetzt der Typ überhaupt ich halte mich einfach zurück Kedler sicher ich dachte er nimmt auf ich nehme doch auch auf ich gehe jetzt in Helas Team und wir kühlen den jetzt den Typ ne ich geh zu dir einfach rein Alaa mit wir ins Skype geschrieben ja pechlich zu finden deswegen die ich höre ich bin ja auch für dich ich nehme ja nicht auf das ist egal ich bin kein so gut einfach Pause macht das dürfte schon ein bisschen das ist sicherlich geht und rute Gefolge hat die VSS vorliegen vollautomatische Sniper Komma rein er hat er noch sei es können wir ja er hat er er ist jetzt ab dass wir in so einem wie er da liegt und dass die Augen zu da ist er hat er doch da bei mir hallo jetzt kommen wir bei mir liegt er da alter hallo was soll das ist für mich der aber wenn ich dann noch mal mit der mädchen tüten aber so richtig eiskalt kannst du mal mit ihr raushauen hallo das ist eine klasse so wie bleibt denn wieder tot er soll doch mal raus der wixer oder wie viele tode wollen die akzeptieren ich weiß auch nicht hat das Team gewechselt also da wir wieder pustet die künftige Körnern ist gut ja ich bin jetzt auch und sind sie zieht zufrieden amokläufer wird auch nichts ins Wölfe also ich bin da bei ihm der Kieler wohl das ist das Schwule man kann ja keinen privaten selber machen oder so wo man seine Ruhe hat vor dem ganzen Bob die da alle kommen ich finde es nur so geil wie sie trotz in der Woche als sie das Team gewechselt alter aber dann erwartet nee einer muss uns gegnern es besser besser das steht einfach h ja es beste einer sollte im Gegner Team bleiben das ist bin ich noch da so dass die lang kühlen könnte ich kühlen und jeweils die Männer kommen bekommen ich Punkte du bekommst Punkte wenn wir weifen und jeder bekommt keine Punkte außer er ja doch was sein or wo ist der Typ jetzt da oben bei dem Haus verweist die weil ich habe ihn ich habe ihn das war Hela Kürzburg nein jetzt habe ich die Nummer gekült ich wurde es gleich wie im Heim es ist heraus okay ich die auch vor was los geht's ja endlich wieder das ist doch immer schön Leute raus zu edeln oder nicht ja ja sieben macht auch Spaß okay weiter der Denkwung nach dem Pausen also also nur sind die die jedes Mal zu weinern fangen wenn jemand reinkommt nein sind wir nicht das ist ein Knallfahrt ja ich fange immer zu weinern wenn du mich anschreist oder mich killst nicht hallo das war Hitler jetzt kommt gleich meine Mutter rein ja er ist das an die Kehle kann er sein hallo ich suche ich jetzt schon wieder fieberhaft echt ja da ich mal aus Sturzer dort nein nein ja okay da kann ich nicht leichter schneiden ich sicherlich schuldig doch im Kolbus der Weg oder nur aus Pionierkommissern ist mir jetzt muss ich ja es war auch so neulich nur derzeit wenigstens immer auf der reiste doch nicht sicherlich davon auch es ist die Gold ja es war auch wenn es die Zeit ist gelaufen und ähm ja es ist richtig nicht immer die Sette war verhältst du es sind einfach geile klar ist er immer neulich so geht es aber aus hier die macht sogar gegen Helis Schaden wieso lässt mich ja in die Ausrede nur da ist was hast du gesagt hm wo du schreibst jeder hallo hallo ja was willst du sagen erzähl komm heraus höchst vergessen die Welt ist zu groß Fragezeichen die zu groß Fragezeichen ja dann machen wir nachher will ich sagen so so fett Prozent Sturmgewehr battle oder ja erhielt die ich würde schon sagen für mich schon aber egal ja wir waren nach ihr zu sind zockte da wieder vor scheiße wenn er mich jetzt neid tschüss da es sei das war Respekt mein junger Paderwan Respekt das ist gut gemacht Hitler läuft hinten zu dem kleinen Haus rein okay das ist was in welches Haus zu dem kleinen in der rechts da hinten ist es gar nicht gesehen habe ich habe ich habe ich habe ihn so wie sie ich lade leider nur wie du stirbst jetzt was aber immer zu tun dass dann hätte sie in der Nähe denn ist mit dem Fonds liegt dort kann er gar nicht mehr wie ist es jetzt ja jetzt kommt die Störung nicht mehr das äh 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 da haben wir immer so 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 unser unser Sprichwort das hat das war bei mir so da habe ich mal so geleckt und wir in der Bayerischen Stande wenn man mit unseren Freunden ähm skypen und runterladen heißt auf bayerisch Oberlohn und äh dann habe ich halt dann habe ich halt irgendwas mit runterladen und Oberlohn gesagt dann habe ich also übergelegt dann haben sie die ganze Zeit so verstanden so äh äh Oberlohn das war es die ganze Zeit immer wenn irgendwas leckt er er hat macht sich nicht fahren wo ist es denn ist der über der kleine Mungo wer ich schon da bin ich in der Hilder ich bin bei der Schwulen Mungo Skarpa ich finde ich so gerne es neidlich ist sie in der Saison die hat euch immer gern Norschein hier mit Populi gemacht ihr Headshot voll ins Knie ich weiß irgendwie schon bevor ich ihn kille dass das Flows ich weiß nicht genau Hitler verhält sich nicht so und läuft einfach rum ja weil er ein Kackboon ist nee eigentlich muss sagen der kann es bleiben ganz gut das war so gut wie ich nee natürlich nicht keiner so gut wie ich aber ja keiner so gut wie ich wie das immer sagt wie das kein besseres geben würde ne ganze Welt ja ich war aber so gut im Snipe ich hab damals jeden geknackt jeden kleinen Kackboon und weiter jeden Sniper da waren mal drei Sniper auf mich gerichtet ich habe jeden ein nach dem anderen ausgeknipst und Geduld aber natürlich mit Geduld und weiter der Wissen nicht mehr zu einem guten Freund die Hände auch immer zu also die Tüte unterbrichst mich eigentlich immer leid was ist da los was aber wir haben wir alles von Eletrix kopiert die Langsatz können wir gleich in Elfix Eletrix zwei Let's Play aufmachen oder so um die Erdbeer immer verklaut Junge hat nur zu scheißen dem alles noch Aar und hier habe ich gescheitert gleichzeitig also das vor naja meine Freunde ich weiß aber schon wo ist ich darf mir keine Leistung mehr von ihnen um auch mal ein Handyweg hier was er auch geht es aufs Bett wahrscheinlich bricht es dann auch immer er hat ihr komisch auf die ich weiß nicht er wolle und weg ist Seeler das ist mein Schätzchen die sind irgendwie so das ist ein Wörter die die Ohrwunforsitz vorstelle einfach einfach weg einfach weg hören einfach das kann so nicht sein wir sind noch keine kleinen Fällen weil sie 15 Jahre alt sind und die alles nachschreibt da war ja gerade oder an den neuen Bob Morales Lanzhausen naja ja ja das ist doch leise das ist so mit der Runde kommt aber nicht einmal aufregend im Land vor allem in dieser Wohnung Prozent all die Leute wollen ich mich für Nachtmensch also wie gesagt mit 18 sich aus eigene Brudel Schallnehmung mal rein und dann geht's los mit Freikampf so jetzt sind drei gegen jetzt geht's ab hier oh mein Gott es sind drei drinnen jetzt kann ich ja gleich gegen viele Leute fünf Leute viele Leute spielen also okay mir egal das ich will euch alle Nummer eins bis jetzt ein bisschen leise okay ach das war der Fälle der mich gekült hat ich hab jedler gekült oder andersrum ein bisschen leise okay was ist los was soll ich doch reden oder ey ey kack drauf soll jetzt nicht persönlich gemeint ist nicht drauf kacken aber sie sollen sich selber einkacken wo ist er denn da finde wo ist er denn was hat er geschrieben okay wie es erwartet alle ey Philippe Star oh geil sie ist der nächste Folge dieses Filme echt ja klar mein Freundchen können wir gleich mal mit ihnen zusammen zu dritt in fettes äh das Quoterein gehen und wenn alle weggeboostet ja wie lange wird es wieder geht die Folge überhaupt noch ja jetzt nicht mehr lange aber bei der neuen Folge meine ich halt ganz wichtig doch es ist immer ein Squat in meinem Squat er hat davor was gesagt in Skype man hätte das ja ausgeschaltet nee nein mein Handy meine ich er gesagt du bist du echt ja die Folge einmal nicht auf Felge da ist er ja auch mal verletzt Moin ja ich kann ja nicht so viel reden ja das ist ja auch Problem meine Mutter geht jetzt auch schlafen ja aber keine Ahnung am Abend gegen die Last ist immer so leicht der Grund müssen aber immer mal alle hier aufstehen nicht erst in fünf und so ja besser ist das schütteln dann müssen aber so nicht die die Haar wie ich hier ist weiter rastig aus Petsch hat und die wir sitzen mit Petschen doch so schnell oder was ja es ging also ich habe eine Stunde eine halbe Stunde gebraucht ja wunderbar hey wer ist ein bisschen wieder ich bin kurz vom ausrasten hier ha ich muss gucken wo die Schüsse herkommen tschüss das das filmen aus wieder fuck na haupt los bist du das kannst du sein ho die viel soll in reinkommen Hitler das ist doch mal um Florianus das Kotel was ist am besten zu Hitler ein Philipp Prozent kommt auch ins Bett war Prozent das ist so viel gegen Kackbohr spielen wir haben wohl so stelle ich mir das vor uns abknallen ich will jetzt gleich mal füllen vollkopf nämlich nicht wahr ich soll was ist uns bestimmt aus und hat uns dann bringt er mit mir ist wo ich nicht ich bin kollegialer Mensch glaube ich gehen Mara Vereinigte in die Hedget also wie ich stehe und schreibe kündig in der Zwischenzeit locker eines Neidmaler ich bin eigentlich eher so einer der der Team ist scheißegal ob sie ihn sehen Hauptsache er ist schnell ich schießt als die anderen und ich finde sie eher als die anderen wenn sie mich schon gefunden haben das ist natürlich immer das Problem beim Snipen wenn sie oder du findet sie zuerst oder ich finde euch beide gleichzeitig oder andersrum allein zu dritt er war immer was ist das was für Prozent und zu unserem Team gehört und nicht ihn zu auch hier haben wir auch mal sagen zählt er schon irgendwelche Bobs ja ich höre ich sehe an der Städte oben im Haus heißt es gibt die Marke für die Hälfte das ist ja das war wohl die Anfahrt drauf ist immer noch auf da es bleibt wird auch schon der Timer voll geil jetzt los ist auch nicht werden für dich ist dass er ist ich sehe sie mehr sie ist da wo wir im Bahnhof da wo wir im Bahnhof ja war er da oben genau das leiden auch danach das Ende machen da hinten ist der Pio und wo ist der andere zu zweit scheiße das bringt nur einen Schuss drüber nah ist weg oder was alle wieder super hätte Philipp ich komme auch zu dir dann lass uns die das schnell alle machen sind sie schon runter oder sind sie immer noch da hinten ich spawne und sterbe das ist ein er hat auch nicht gezielt ich spawne es bei Hitler es war bei mir da ich bin jetzt auf dem Dach oben das gibt es doch gar nicht das gibt es doch gar nicht der ist auch noch du bist im Ziel da zwei Spanier da aus so sieht es aus freundlich das ist schlecht ist das ist das ist das harte Gamer Leben wir haben zu haben über den Mittelnacht müsste was jetzt noch ist jetzt auch bestimmt schon Panzer Kommandant Mare in Aktion wie lange läuft es nicht die Aufnahme noch was den typischen bis ich den Typ gekürt habe wir nicht antwortet also meine Freunde ich hoffe es hat nicht gefallen ein Widerloh und lustiges Netzfahren das den den Namen alle Ehre macht und um haben das alles schon geändert und ich glaube der Leibmann stehen Junge ich dort sprengen in den alle durchführen die Köln der hatte das hat es auch noch gepasst als Abschluss soll jetzt was ist verpüssen wie vor ich noch mal sterbe also meine Freunde macht's gut er hat es genau bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal tschüss